Was ist ein Bräter und wie sieht er aus? Ein Bräter ist ein Kochgeschirr, das in unterschiedlichen Formen, rechteckig, rund oder oval, erhältlich und mit zwei Griffen und einem Deckel ausgestattet ist. Ein Bräter kann als Kombination aus Pfanne und Topf bezeichnet werden, der viele Möglichkeiten bietet. Was kostet ein Bräter und wo kann ich ihn kaufen? Die Preise von Brätern sind sehr unterschiedlich und hängen von Art, Form, Größe und Material ab. Einen einfachen, kleinen Bräter aus Aluminium kannst du schon für rund 25 Euro kaufen. Was kann in einem Bräter zubereitet werden? Ein guter Bräter ist mehr als nur eine Mischung aus Pfanne und Topf. In einem Bräter können vor allem alle Arten von Fleisch und Geflügel zubereitet werden. Häufig wird er für Hähnchen, Fleisch, Gänse oder Enten verwendet. Für wen eignet sich ein Bräter? Ein Bräter eignet sich für alle, die gerne und vor allem viel kochen. Außerdem empfiehlt er sich für größere Familien, für feierliche Angelegenheiten, aber auch für experimentierfreudige Köche. Wo kommt der Bräter am häufigsten zum Einsatz? Der Bräter kommt auf jeden Fall dort zum Einsatz. Wo etwas gebraten oder geschmort werden muss, vor allem, wenn eine längere Zubereitungszeit eingeplant werden muss. Besonders häufig wird er für große Bratengerichte verwendet. Warum soll ich einen Bräter kaufen? Wozu wird er verwendet? Ein Bräter wird vor allem erworben, um den vollen Geschmack von Fleischspeisen, vor allem von Braten, genießen zu können. Er sorgt für ein besonderes Aroma, das ansonsten schwer zu erreichen ist. Worin liegen die Vorteile eines Bräters? Der Bräter birgt viele Vorteile. Zunächst können darin sehr unterschiedliche Gerichte zubereitet werden, vor allem Braten, aber auch Desserts und vegetarische Speisen. Welche Größen von Brätern gibt es? Es gibt verschiedene Größen von Brätern. Die kleinsten haben einen Durchmesser von etwa 14 cm. Die Messen über 40 cm. Es gibt auch eine große Auswahl an mittelgroßen Brätern mit. Beispielsweise 20, 25 oder 30 cm Durchmesser. Wie funktioniert der Bräter aus Gusseisen und was sind seine Vor- und Nachteile? Gusseisen wird sehr häufig für die Herstellung von Geschirr genutzt. Sie haben einen dicken Boden und können sehr schwer sein. Speichern aber gut die Wärme und halten ein Leben lang. Wie funktioniert ein Induktionsbräter und was sind seine Vor- und Nachteile? Ein Induktionsbräter ist für einen Induktionsset notwendig. Wenn du auf deinem Induktionskochfeld falsches Geschirr benutzt, kann dieses schnell kaputt gehen. Durch die Einführung eines Induktionsbräters gibt es nun die Möglichkeit, die Vielfalt eines solchen Küchengeschirrs auch in einer modern ausgestatteten Küche zu verwenden. Wie funktioniert ein emaillierter Bräter und was sind seine Vor- und Nachteile? Emailliertes Geschirr erfreut sich immer wieder großer Beliebtheit. Abgesehen von der Eigenheit, dass die Beschichtung absplittern kann, spielt bei diesen Brätern vor allem die Optik eine Rolle. Wie funktioniert ein Bräter aus Edelstahl und was sind seine Vor- und Nachteile? Edelstahl bietet zahlreiche Vorteile. Das Material ist jahrelang haltbar und hat das Zeug dazu, jede Küche aufzuhübschen. Außerdem lassen sich sehr unterschiedliche Speisen in Geschirr aus Edelstahl zubereiten. Es ist aber wichtig, dass das Produkt eine lange und hohe Wärmezufuhr gewährleistet und durch Zugabe von viel Fett ein Mögliches Anbrennen verhindert wird. Wie funktioniert ein Bräter aus Aluguss und was sind seine Vor- und Nachteile? Aluminium hat keinen guten Ruf. Da es als gesundheitsschädlich gilt. Hochwertige Modelle sind aber bei sachgemäßer Benutzung nicht gefährlich. Wie funktioniert ein Bräter? Ein Bräter funktioniert im Grunde so wie andere Töpfe und Pfannen. Je nach Art wird der Bräter schneller. Bei Brätern aus Aluguss oder langsamer. Bräter aus Edelstahl. Heiß. Bei einem gut verarbeiteten Bräter sollten die Griffe nicht heiß werden. Zumindest beim Einsatz auf dem Herd. Wie soll ich einen Bräter reinigen? Das hängt ganz vom Material ab. Im Grunde reicht es. Einfach Spülmittel, Schwamm und warmes Wasser zu verwenden und den Bräter ähnlich wie herkömmliches Geschirr abzuspülen. Ob dein Bräter in die Spülmaschine darf, muss klar angegeben sein. Welche Alternativen zum Bräter gibt es? Es ist natürlich auch möglich, ohne Bräter zu braten. Dazu kannst du einfach einen Topf oder eine Pfanne verwenden. Das ist natürlich auch möglich, ohne Bräter zu verwenden.